... Vielen Dank. Okay. Ich ziehe damit keine Äste oder ich kann mal durch eine Bauchkugel durchgehen, ohne dass sie sofort daran hängen bleibt. Oder ich die Ketten anheben müsste, was verteilt war in die Last nach rechts und links. Das wird dann hier über den Überbruch oder den Rückscheid weitergeleitet, über die Zugbügel bis dann eben mit dem Kummel. Und mit dem Kummel, das ist eigentlich das Wichtigste beim Ziehen, hier wird die ganze Last quasi mit übertragen. Ich finde das immer gewaltig, wenn ich zum Beispiel, wenn wir fertig sind mit Arbeiten und wir gehen jetzt hier also die ganzen Ständen dann vorbei. Deswegen arbeite ich nämlich gerne zum Weg hin, weil wenn man dann wieder zum Auto geht, dann sieht man halt eben, was man so geschafft hat. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.